Hallo, ich heiße Bridget. Hallo, ich heiße Lucy. Willkommen in Klasse ab in Hampton Academy. Ah, ich gehe nachrichten. Hallo, ich heiße Daniel. Hallo, ich heiße Daniel. Hallo, ich heiße Shefali. Und das ist die Nachrichten. So, wann hast du gestern Abend gesehen? Ich habe auch gewonnen, so ein bisschen. Wie war es? Es war sehr interessant. So, wann hast du gestern Abend gesehen? Ich habe Dr. Who gesehen. Dr. Who? Es war sehr langweilig. So, wann hast du gestern Abend gesehen? Ich habe nachrichten gesehen. Wie war es? Es war sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut. Hallo, ich heiße Sarah. Hallo, ich heiße Jess. Hallo, ich heiße Adam. Hallo, ich heiße Benjamin. Wer sollt in Hampton? Was gibt es in deiner Stadt? In meiner Stadt, der ist drei Markt. In meiner Stadt, der ist ein Hallenwald. In meiner Stadt gibt es einen Bahnhof. In meiner Stadt, ich einen Park. Was gibt es in deiner Stadt? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Ich denke. Was ist du gerne? Ich esse Hamburger und Vormitt. Und was isst du gerne? Ich esse gerne Pizza. Es ist lecker. Was isst du nicht gerne? Ich esse nicht Champagner. Sehr frischbar. Und was isst du nicht gerne? Ich esse nicht gerne Käse. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Okay. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Lemonada. Das ist sehr lecker. Aber du trinkst gern Kaffee. Das ist sehr bitter. Und du? Ich trinke gern Orange Shampoo. Es ist wunderbar. Aber ich trinkst gern Milch. Es ist wunderbar. Aber wie geht's denn? Wo wohnst du, Spencer? Ich wohne in Brixton. Wo ist Brixton? Brixton ist in London. Wie war es? Es ist wunderbar. Okay. Wo wohnst du, Peter? Ich wohne in Brighton. Wie ist Brighton? Brighton ist sehr stinkig. Wo wohnst du? Ich wohne in Chinatown. Und wo ist Chinatown? Chinatown ist in London. Was gibt es in deiner Stadt, Jack? Guten Tag, Scott. In meiner Stadt gibt es ein Rathaus, ein Schloss, zwei Kirche und drei Werkstatt. Meine Stadt ist sehr groß und wunderbar. Was gibt es in deiner Stadt, Brian? Was gibt es in deiner Stadt, Herr? In meiner Stadt gibt es einen Bahnhof, zwei Kirche und drei Supermärkte. Was ist in deiner Stadt, Scott? In meiner Stadt gibt es einen Park, eine Kirche, vier Supermarkt, ein Post, ein Schwimmbadern. Die Park ist sehr, sehr gut und die Kirche ist sehr, sehr groß. Meine Stadt ist sehr interessant. Was gibt es in deiner Stadt, Tonklasse? Danke für die Zuschauer.